gelbe markierung ich sehe keine gibt noch keine glaube ich richtig schlecht ich sehe die richtig schussgeschwindigkeit vektor zielgenauigkeit m4 klingt überhaupt nicht so stark normal sechs fast auf das schon sehen und früh ziehen wir noch was bringt ich habe die oliv im gegensatz zu den meisten hier drin das ist nur stockholmsyndrom das ist nicht so schlimm okay ist wie sex man sollte es nun maßen genießen das ist dem gespräch sex kann man immer haben ja das ist ja schon mal volle falsche ansage ich nehme snickers ganz schön viel scheiße bitte einfach alle aufhören zu singen danke er drauf er kommt doch wenig ich höre es aber ich sehe es nicht leider ist das so gesagt ich schieße okay füße war schon mit der dreck nachrutscht das ist nicht um die ecke das ist hier kein sunhock auch das ist um die ecke geht ganz schnell das ist doppelt so weit weg wie bei sunhock es ist ja nicht schlimm doch ich habe hier oben noch eine dreier weste hallo reserviert hallo schalldämpfer die treppe hoch und dann siehst du es direkt lalala hier lag nichts stuttgart da 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 hallo weste aber sport ist doch voll gut so macht das mal schön sport machen dann duschen gehen und dann schön entspannt den weiteren tag genießen ist auch ein tolles gefühl find's nicht also ich mag das tatsächlich sehr gerne wenn ich spiel machen könnte würde ich auch jetzt wieder sprach ein gefährt irgendwie unpassend halb verschnecht ins fitness zu geben wenn man sagt ja wollte vielleicht auf uns warten wir wissen wir ganz schön weit auseinander meine lieben ja das ist ja ein lustiges gut einig der tonne ist ja um die ecke hier ist noch eine vss zu presser smg das ist natürlich interessant hat irgendjemand was zum sniper ich habe nur eine ak ne das ist irgendwas was auch lange das tank mit einem passenden visier gut wäre nein dann nicht ich habe aber heute doch alles für die sniper jetzt wirklich ich habe für jedes gegen aufsatz jetzt was für die sniper und da wird sich jetzt auch ich habe den dritten sniper schalte ich habe auch ein sniper schalte unten extended und acht auf dieser map findest du sowas häufig er ist halt nur ein sniper finden ich habe auch schon alles für die sniper fertig ich bin er ist halt immer schon eine slr eine gyrus fernstation ja was denn gibt es da gyrus kann man da geschnetzeltes bestellen gyrus 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 verstanden gyrus verstanden tatsächlich ich habe sogar schon eine suppressed smg hier bei mir da hier stand drauf mach die guggeln Luft denn siehst du es auch ja ich hatte jetzt gerade nur dem wem ähm wollen wir jetzt eigentlich hier mit feiten beim geballer oder nein ich bräuchte eigentlich noch eine extended für für ich meine Moment mal ich kann doch das geht noch dass man einen achtfach nicht mehr auf die m4 packen kann ist halt so kacke Dio läuft wieder von allen weg damit sie als erstes stirbt ja natürlich ich dachte ich auch es geht aber nicht darum wer als erstes tot ist uuuh Schneemobil es geht nicht darum wer als erstes tot ist uuuh Schneemobil das ist glaube ich das einzige was sie auf dem Schnee gut fahren ist tatsächlich die Autos fahren sind die richtig kacke im Schnee Weiß ich vielleicht heißt es ja nicht ansonsten Schneemobil Bist du nicht auf der Map mal Auto gefahren? das würde dich tilten wie das fährt oh Schneemobil oh Schneemobil Schneemobil weißt gar nicht was wir raufpassen ist nicht so schlimm oh das kann man dir ja sagen ah hier alle safe wir fahren safe zum Gegner hin Was? Nochmal mach's bitte bei den Häusern Südwest Sind wir da? ja Gegner ey weiß ich nicht hinterm Stein Feindkontakt ok bei den Häusern ich glaub die haben uns gehört aber ich glaub nicht dass die uns konzentrieren ne die fighten grad Häuser links doch nicht Wollen wir mitfalten? ich dachte wir gehen jetzt ein bisschen hin und fighten ja nice dann los ich muss mal Gegner sehen ey der hat ne ich seh ihn äh 230 laufen sie runter oh süß wunderbar grad kaputt geschossen hmmm schade hab ich nicht verraten äh bei euch auf der rechten seite Diona und äh Maniac sind noch welche der hat aber auch grad die Position gewechselt ey das ist natürlich eklig so ah der hat mich gesehen auf jeden Fall fiese Möpp die sind bei 200 hinterm Stein ja ich dachte wir flankieren die jetzt ein bisschen bis morgen oh er wurde zurückgeschossen oh er wurde zurückgeschossen oh mit dem 3er zu schießen ist echt scheiße ey ist ja in Richtung 210 SW weggelaufen ja ich bin nicht sehen müssen dann ah er war selber alleine ich wollte grad sagen da kann ich niemand weggelaufen sein haben sie den letzten abgesnackt von dem fight perfekt hast du ne gute Waffe was hat denn der da gehabt ne K hier sind noch Booster ohne K ja ne die hat Max schon ooo hast du ne gute Waffe ich bräuchte ein Extended A eher mal da ist eins ok hat sich erledigt so kannst du einen umfahren und den Turmen töten ja theoretisch könnte ich jemanden umfahren und mit dem Schneemobil töten falls du das grad meintest irgendwie sieht man das grün besser auf Schnee oder? ne irgendwie auch nicht wie sieht man den den reddelt man ja gar nicht auf Schnee hier wird ein Schalli Schuss vor mir Sniper ich hätte vielleicht lieber das dreifach nehmen sollen shit ich hab ein Gehege voller bedrückter Dinos vier Leute können sein dass noch genau ein Squad liegt wenn die grad schon vor uns geschossen haben dann wahrscheinlich ja die hören ich auch eher nicht dass es ein Squad ist weil die schießen ja aber nicht auf uns doch auf mich doch auf mich achso und wo denn direkt vor uns müssen die geschossen haben 90D auf 200 hinterm Stein oh ich hab's gefunden ja 205 ähm hinter dem Stein ist einer wir lassen zwei Gillis hinterm Stein einer nockt zweiter nockt pushen oder was alle tot alle dead sicher ich würde sagen auch nicht auch nicht das glaube ich bei mir nämlich noch nockt ich lauf zu den Gillis auf 220 vor mir sind noch welche einer 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 auf jeden Fall einen gegner noch einen gegner jungs ganz entspannt mit einem gegner ach so meinst du das mit einem gegner ja ich hab gar nicht drauf geachtet ich hab die letzten gerade erwischt noch ein gegner live gegen uns cool gönnt ihn euch das war schön dass wir uns hier ein bisschen aufgeteilt haben hu da wäre ich beschossen wer war ich denn beschossen von hinten von hinten der ist in Noten Baum von allen möglichen wird halt ich beschossen ich lauf weiter rechts rum ne wie weit Noten ist denn der am Baum Zonenrand ungefähr Zonenrand ok das war da rechts gelaufen der ist am Stein jetzt komm lass ihn pushen ja ich ich heil mich noch mal kurz ne ich mach das schon hier sind so viele Steine ich sehe nichts 20 von mir aus dem Stein ganz am Zonenrand ah ich hab ihn gerett oh Gott der hat mir Headshot gegeben Aua das tat weh jetzt muss aber nicht mehr überleben ich wollte grad sagen also wenn er den jetzt nicht kriegt ey da laufen drei Leute auf den Gegner zu und der Typ mit dem letzten der ganz weit weg ist und gibt dem einen Headshot das ist doch mal dumm aber haben wir schön gespielt ich kann chicken dinner nice man mein erster so und ich geh mein chicken und damit läufts doch ganz gut mit dem chicken dinner jetzt die fantastischen vier aber jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal einer erklären der Typ hat zweimal an allen vorbeigeguckt und mich ganz hinten in der letzten Ecke angeschossen was soll das was mein Stillstand ist er fand dich hübscher anscheinend ey anscheinend ey wenn er mit dem das ist